Hallo und herzlich willkommen meine Freunde bei Happy Wheels. Mein Name ist Pecky und heute ist wieder mal Freitag. Tja, da hättet ihr was anderes erwartet, aber so ist es nun mal. Wir fangen an mit Random Maps und wir beginnen mit Jackass. Hi, ich bin Psycho, willkommen zu Jackass. Ok krass, mach ich mal hier so konkret. Oh, ich habe die Jugend verletzt, glaube ich. Lass mich zurück in den Kopf. Komm schon. Komm schon, Mann. Lass mich zurück in den Kopf. Moment. Ah, ja, so. Oh, jetzt bin ich aber safe. Ja, war nicht so schwer, oder? War wirklich nicht so schwer. Ja, next. Lunar Adventures. Na, schau mal. Schauen wir mal, was da so passiert. I'm off to the moon. Yeah. Ich mache eine Reise auf dem Mond. Und ich guck mal, was hier so gibt. Jumping Jack over the flag. Du 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 du. Wir spielen nachher noch eine Karte von dem OMFG Ruffler. Ähm, ich hoffe es nicht allzu schwer. Der macht immer so sauschwere Karten, die ich niemals werde spielen kann. Oh mein Gott, die Aliens werden... Die Aliens schießen um mich. Die Aliens schießen voll Feuer auf mich. So, wirst du? Oh, ich habe meine Beine um meinen Fuß. Tja, da sind sie ab, die Beine. Aber er braucht schon Beine und Arme. Wenn er auch einen Neustartknopf hat. Bye, Daddy. Bye, Son. So. Hä, was war das? War das ein Lunar-Mensch? Lunar steht ja für Mond. Lunaticum, äh, Al Isulum. Ne, für die alljenigen, die des Altgriechischen mächtig sind. So, ähm. Oh, fuck man. Helm. Oh, Gott. Indianer. Und jeder, der Servus gesagt hat, ne. Ah. Der Witz ist schon so alt wie ich. So, also, ne stimmt gar nicht. So, also, yeah. Boing Flip. Kennt ihr Boing Flip? Ja klar, kennt ihr Boing Flip. So, what, what, you, okay, wah, okay, mach ich hier Mundlandung, so ist so, okay, pass auf. Dudududu, ich hab voll den Kopf. Oh, slow down, oh, 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 okay. Ich geh weg jetzt, Segway, Segway? Du musst da weg. Ich muss die Rakete kriegen. Ich muss doch die Rakete kriegen. Nein. Ich muss doch die Rakete kriegen. Aber jetzt bin ich da reingerutscht. Das war nicht so gut. Okay, versuchen wir nochmal. Oder versuchen wir nicht nochmal. Machen wir andere. Machen wir andere. So. Erron, Fun. Ja, Erron, Fun ist doch geil. Dad! Ja, Sohn. Dad, wieso machen wir mal Erron? Weil ich es einfach geil finde, wenn du die ganzen Dinge im Rücken hast. Was denn für Dinge? Ich merke nichts. Ich bin ein Jedi. Was? Was ist denn ein Jedi? Du bist ein Jedi? Ja, Dad! Was ist denn ein Jedi? Dad, das ist doch ein Jedi. Was heißt denn wohl? Gerade! Du bist, ich schaff das Ganze. Nein, der 쉽ige, du... Ich schaff das Ganze. Geschafft! Ja, and you look like aδrug. Das ist wohl wahr. So sehe ich aus. Wie ein kleiner Igel. Glassbreak. Hard. Mal wieder ein Glassbreak-Level. Hat man lange nicht mehr. Dad. Mein Sohn. Dad, wieso müssten wir mal diese Glassbreak-Level machen? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwer sagt, wir sollen hier einfach doof sein mit dem Fahrrad. Bunnyhop. Back Bunnyhop. Dad, was ist denn ein Back Bunnyhop? Ja, das ist das, wenn ich einen Bunnyhop mache und du die Schnauze hältst. Oh. Du, 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 very hard. Ach. Dad, aber da steht very hard. Weißt du, was auch very hard ist? Ne, okay, ist egal. Also. Dad, du hast very hard geschafft. Na klar, habe ich very hard geschafft. Dad, weißt du, was auch very hard ist? Ah, halt einfach die Schnauze, so ein bisschen krank ist. Individuum. Oh, Dad. Dad, was? Scheiße, jetzt wollte er, als er sich an seinem Vater vergreifen wollte, hat er sich selber den Kopf aufgespielt. Dad, als ich gerade mich an dir vergreifen wollte, hatte ich... Ja, ich weiß, ich habe es gerade gehört. Dad, wie kannst du das gehört haben? Ich bin ein Hellseer-Vater. Ein Hellseer-Vater? Ja. Das ist ja die neue Art von Vater. Hellseer-Vater. Kaufen Sie jetzt, Hellseer-Vater. Dad, hör auf so eine Scheiße zu labern. Okay. Dad, wir sind gerade doch extremely hard durchgefahren. Äh, weißt du, was auch extremely hard? Okay, egal. Ich lasse es. Aua! Dad! 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 Oh yeah, Penis-Morror. Wow, das schaffe ich. Da hat aber ganz schön mein Rückgrat zusammengestaucht. Ah, hab schon geschafft. Und das alles ohne dich, du Ratte. Ja, mein Dad. Können Sie mich abholen? Nein! Was haben wir denn hier? Das Label ist tot. Honey, could you please go out and find what's making that sound? Ja, klar, mach ich. Okay, ich guck mal nach, was hier so krass der Sound macht. Das sei ja der Penner. Hey, Penner, gehst du weg von die Fenster, ey. Das ist ein Zombie. Brains. Zombie, gehst du kaputt, jetzt. Komm her. Nein. Oh, oh, Zombie ist drin. Ich glaub, der will die Frau haben, oder? Ey, lass du die Finger von meinem Arsch. Ah, ja, so ist besser. Ih. Ah, Hilfe, Zombies. Oh, der Zombie-Postman. Dude, dude, dude. Walt, smart. Und schon wieder den Postman gekillt. Hä, wo will ich hier eigentlich hin so schnell, hä? Honey, honey. Honey, honey, honey. I'm so honey, honey, honey. Da hat sich schon wieder aufgehängt. Geht das ja unglaublich. Ah, da ist noch ein Zombie drum. Hoppa. So, jetzt schauen wir mal, was da hinten gibt, gell? Bartin. Jetzt. Ey, Boss. Looks like we're not a survivor. Au. Grüß dich. Servus. Ey, der Neger hat eine Armbrust. Im Bayerischen darf man das sagen. So, also, jetzt. Ey, was bist denn du da am Fenster, du alter grippiger Hummy, du Sau-Bartin? Jetzt. Schauen wir mal weiter, gell? Zombies, ich glaub nix. Zombie-Apokalypse oder was? He, dann lache ich bloß. Ha, ha, ha. So, habt ihr mich lachen gehört. Oh, scheiße. Jetzt hat man fast wieder meine Beine gebrochen. Oh, da frisst jemand ein Zombie. Oh, nein, der Zombie frisst ja. Eude. Geht's. Da muss man rauf. Oh, ich hab schon gedacht, jetzt kann ich ihn ein bisschen kapieren lassen, sagt man, gell? Ey, da bin ich wieder beim Neger. Hey, Neger, kannst du mir nicht einmal der Armbrust geben? Nein, anscheinend nicht. Und? Boah! Und, und? Oh, Control? Oh, 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 da hätte ich Control drücken müssen. Ah, scheiße! Nein! Okay, machen wir das, machen wir das ein andermal nochmal. Hier gibt's noch so viel zu tun, Happy Wheels Christen. Nee, nicht so. Nee, so Herzdinger. Das hört sich doch gut an. Ja, Ballrun. Ach komm, das schaffe ich doch beim ersten Mal, oder? Aber aus der Luft gefangen, habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? So! Oh ja, der war schön hoch. Der war scheiße. Ja, war jetzt nicht so. War nicht so gut. War nicht so gut so. Hardtrack Mini-Nini-Hardtracks. 99% impossible. Das, äh, werden wir noch sehen. Dad! Top 10 Leute werden ihre Namen in meinem nächsten Level, bitte. Free for all. Dad! Das tut echt weh. Sohn? Ja, Dad. Sohn? Ja, jetzt kriegt er was, er verdient hat, der Kleiner. Oh, warte mal. Das könnten wir doch schaffen, oder? Nee. Dad, das schafft mir niemals. Du bringst uns mal wieder um. Ach so. Weißt du? Oh, ich hab's geschafft. Yeah! Du, 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 du